Jeder hat das Potenzial, sein Leben in vollen Zügen zu genießen und davon bist du keine Ausnahme. Aber oft scheint es so, als wäre es fast unmöglich, das Leben auszukosten. Negative Gedanken ziehen dich runter oder Erinnerungen aus der Vergangenheit zeigen dir Bilder, die du am liebsten vergessen willst. Vielleicht denkst du dir jetzt, warum tut mein Gehirn mir das an? Das verrate ich dir. Dein Gehirn meint es tatsächlich nur gut mit dir. Wenn du diese Gedanken nämlich hast, ist das eher ein Signal oder eine Art Hilferuf für dich. Diese Gedanken sind nur Anzeichen, dass es Zeit wird, eine Veränderung in deinem Leben vorzunehmen. Deshalb schauen wir uns in diesem Video vier Anzeichen oder auch Signale an, dass es eine Zeit wird, dein Leben zu verändern. 1. Du siehst nur noch schwarz. Das erste Anzeichen sind deine negativen Gedanken. Ist dein Glas halb voll oder halb leer? Ruiniert Regen für dich den Tag oder freust du dich, dass deine Blumen Wasser bekommen? Wenn du merkst, dass du nach einem Ereignis immer nur die Nachteile vor Augen hast, ist das für dich ein Signal für Veränderung. Du musst dir deine Gedanken wie einen Garten vorstellen. Um schöne bunte Rosen zu bekommen, brauchst du genug Wasser und Sonnenlicht und die Rosen müssen kontinuierlich gepflegt werden. Aber Unkraut wird wachsen, ob du es willst oder nicht. Wenn du also in deinem Garten nur schöne Rosen, also positive Gedanken haben willst, musst du dein Gehirn pflegen, also deine Positivität wirklich trainieren. Möglichkeiten dafür sind Bücher, Meditation oder auch YouTube-Channels wie unseren. Fütterst du dein Gehirn regelmäßig mit Positivität und vermeidest bewusst negative Gedanken, wirst du bald einen wunderschönen Rosengarten haben. Verschüttete Milch wird immer verschüttet bleiben. Dieser Punkt wird dir mit Sicherheit nicht fremd sein. Hast du schon mal Milch oder auch ein Glas Limonade verschüttet? Bestimmt. Und was war deine erste Reaktion darauf? Vielleicht hast du als erstes mit einem Schimpfwort reagiert, was das ganze Haus hören konnte. Oder du hast dich gefragt, wieso so etwas dir passieren musste. Vielleicht denkst du den Rest des Tages sogar noch darüber nach. Deshalb merk dir, verschüttete Milch bleibt am Ende des Tages verschüttet. Diese Milch bekommst du nicht mehr wieder und du wirst sie auch nicht mehr trinken. Sie ist einfach verschüttet. Sie ist weg. Das Einzige, was du jetzt tun kannst, ist das Beste aus der Situation zu machen. Ich gebe dir da gerne ein Beispiel. Damit es nicht klebt, musst du mit einem nassen Lappen den Boden wischen. Aber wenn du ehrlich mit dir bist, wolltest du schon vor Wochen den Boden wischen und weil die Milch oder die Limonade verschüttet wurde, bist du endlich dazu gekommen. Wenn du also über deine Vergangenheit nachdenkst und Erinnerungen hast, über die du immer grübeln musst, schaue, welche positiven Lehren du daraus ziehen konntest. Akzeptiere, dass diese Erinnerung ein Teil deines Lebens ist. Dann kannst du sie besser verarbeiten und sie wird dich nicht mehr verfolgen. 3. Das Gesetz der Verwesung Fortschritt ist und bleibt ein Grundbedürfnis. Das gilt nicht nur für uns Menschen. Fortschritt und Erhaltung ist ein Gesetz der Natur. Wenn wir Menschen von heute auf morgen aussterben würden, würde die Natur in wenigen Jahren Häuser, Autos, Straßen komplett befallen. Ähnlich funktioniert auch dein Gehirn. Wenn du merkst, dass du keinen Fortschritt in deinem Leben machst, ist das ein riesiges Anzeichen für eine Veränderung. Dein Gehirn sehnt sich danach mehr zu lernen und wenn du das nicht gewährleistet, wird sich das in Zweifeln widerspiegeln. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja aber Dennis, wie soll ich das denn hinbekommen? Und die Antwort ist ganz einfach. Regelmäßiges Weiterbilden und Lernen. In unserem digitalen Zeitalter hast du die Möglichkeit, dich kostenlos überall weiterzubilden. Such dir einfach einen Skill, den du lernen willst oder eine Herausforderung, die du in deinem Leben lösen möchtest. Ich bin mir zu 99% sicher, dass du dazu ein YouTube-Video oder ein Buch finden wirst. Wenn du den ersten Schritt wagen willst und nach Veränderung strebst, drücke doch mal auf die Infokarte. Dort habe ich dir unseren 7-Tage-Kurs verlinkt. Damit kannst du jeden Tag was dazu lernen und die ersten Schritte in dein neues Leben wagen. 4. Erwarte das Unmögliche. Dieses Anzeichen würde dich etwas überraschen. Aber wenn du ohne Probleme und Herausforderungen bisher durchs Leben gekommen bist, ist das das größte Anzeichen, dass du eine Veränderung brauchst. Denn es ist bekannt, dass du an den Problemen wächst, die du bewältigst. Wenn du bisher keine Herausforderung lösen musstest, konntest du auch nicht wirklich wachsen. Da habe ich sogar eine kleine Hausaufgabe für dich. Wenn du das nächste Mal Angst hast, mach genau das, was dir Angst bereitet. Natürlich nur, wenn es nicht lebensgefährlich ist. Denn auf der anderen Seite von Angst steckt immer Wachstum und hinter Wachstum ist immer ein besseres Leben für dich. Wenn du also Angst hast, deine Traumfrau anzusprechen, nimm die Herausforderung an und wachse daran. Oder wenn du dich nicht traust, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Gerade dann solltest du es tun. Meistens sind die Dinge, vor denen wir uns fürchten, genau die Dinge, die wir als Nächstes tun müssen, um das nächste Level im Leben zu erreichen. Denn wenn du keine Angst vor der Herausforderung hättest, wäre sie dir nicht wichtig genug. Übrigens, wenn du bereit bist für eine Veränderung in deinem Leben, unterstützen wir dich gern. In der Beschreibung findest du einen Link zum unschlagbaren Sommerangebot, damit du dein Mindset zur felsenfesten Waffe gegen Negativität machen kannst. Drücke einfach auf den Link und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von mir, Deinem Dennis bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.